hallo freunde ist geil youtube sport hier sind wir wieder beim letzten mal ist mir das spiel irgendwie hat sich aufgehängt da ging dann nichts mehr deswegen war das nur ein ganz kurzes rennen aber es hat euch amüsiert rage virus on the tour jetzt mit dem kamelhof dabei grüße hatte ich auch mal rein hier ja ich bin auch mal da und auch mal raus hier so ich mit virus wieder am start und da wollen wir mal gucken wir können hier glaube ich sowieso nix machen sich gerade ach so das ist ja diesmal den golf hat man ja selber sehr schön sehr schön ja ich habe übrigens kein auto leihen ich war ja so zwei mal online rennen hat noch nichts gemacht von da gucken wie es mit dem standard moped hier so auf sich hat auch da gestartet so vor mir die bloß weg doch aber ich hatte einen super start ja und ich komme auch gut weg auch stadtkurs ich liebe stadtkurse und wir wissen ja aus teil zwei noch her der golf hat eine super fahr die ganz und der virus ja und die fans die jubeln grüß euch leute also bei mir lag das ein bisschen in der aufnahme der computer kommt schon mal meine heutzutage wenn du das hoß bei den spiel schon ein bisschen an die grenzen ich hoffe dass ich dass sich das bald ändern wird du kannst auch bei einstellungen einfach das bild ruckeln ausstellen dann hast du das auch nicht mehr so ne das ist das nicht das habe ich schon runter gestellte das und ich habe das zum beispiel auch volle pulle und bei mir ruckelt hat wie sau nein bremsen ja jetzt mal noch mal ein golf kaputt hier das wird teuer nachher ja das ist der bild verlaufen ja das spiel selber lön hier in barcelona vorne sieht man schön den dom ja freundlich wie los der virus rät schnitt ja ich kann doch nicht immer rät dafür habe ich nicht die stimme bist du wohl still und entschuldigt für mein lustig weiß auch nicht wo das weg kommt das ist echt schlimm mal die barriere ja ja der virus hat ein virus hat die jahreserke aber eine jahreserkältung die reparation ich will ich gleich ja wo ist der camillo hallo das ist wahnsinn was der typ fahren tut und übt das ist so viel gut habe ich ja gar nicht ich komme gar nicht hinterher ja a b da ist er ja der virus ich habe kein gesehen ich gucke auch mal ist das auch die die strecke ist so schön in die sie das ist krass die zieht sich aber ganz schön in die strecke auch geht ich bin schon wieder kurz vor ziel so aber schöner drift durch die kurve ach herrlich herrlich aber ich finde das so geil wie da die leitplanken so verschwimmen und so weiter und dann hast du dieses gelb schwarze im auge coole sache ich musste jetzt gerade mal brennen sondern dann bin ich noch mal hier leitplanken quetscher mache nee bei der karre wird das sowieso sonst teuer ja ja meine freundes geilen youtube sport kurz anekdote für euch der liebe camillo macht gerade ein let's play und das war von der vier ich kann nur sagen schaltet ein sei dabei zieht sich rein es ist sehr unterhaltsam endlich ist da mal was wo man nicht mehr einschläft kommt gerne rüber also ich kann es nur echt empfehlen leute schaut mal rein ja und besonders nachdem der eine diese kanalvorstellung von meinem kanal gemacht hat habe ich auch schon ein abonnent mehr ja ha 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 wauzi ja ein abonnent macht ja noch lange keinen zuschauern raus nee aber ich fand das interessant Und rum. Oh, schön. Ich glaube, den motze ich mir mal schön zurecht, den Golf. Okay. Der hat was. Der lässt sich schon im Standard schon sehr gut fahren. Oh, das war ein bisschen zu viel gewagt. Naja, egal. Oh, wieder schöner Drifte hier. So, da war die gerade Kurve vorhin auch. Da habe ich auch wieder so geil gedrifftet. Alter, ist das geil! Ich habe sowieso gute Laune heute. Wart geht, Jochen, feitsch mir die Wälder und kratz mir am Sack, ey. So, da sehen wir wieder den Dorn. Hier sind wir schon wieder. Das heißt, dem Virus muss mal langsam ein bisschen Gas geben. Du kannst mir am Ei leckern. Du kannst einfach mal langsam mal fahren. Ich gebe dir schon mein Bestes. Weiß doch, felsig und haarig ist nicht meins. Hey, Wookie-Treiber! So schaut es aus. Oh Gott, dann bremsen wir mal ein bisschen. Damit Fichtenjockel noch nicht herkommt. Oh ja. Eier quetschen ist ja schon unterwegs. Oh nein! Oh nein! Jetzt war die erste Kurve, wo ich mir meine Karre versämmelt habe. Ah! Ah, ich denke mal, ich kann es reinfahren. Bin ich ja. Ach so, jetzt soll ich... Hä, warte mal, da läuft das eine komische Zeit. Ah, komm rum! Wow, wow, wow! Egal. Wirst du eine Rolleride machen hier? Yeah! Dem da, ach geht nicht. Ist doch so ziemlich schade. Ich wollte eigentlich dem Virus noch zuschauen. Mann, oh Mann! 2010, nicht 2018. Junge Camillo, bist du aber schnell unterwegs. Hm. Aber diesmal war ich nicht letzter, sondern ich war zweiter. Schön. Ja, wow. Also der Golf, der geht echt gut. Muss ich zugeben, wa? Oh, Stufe 2 sofort. Alter Schwede. Oh, Stufe 3. Oh, Fahrzeugbelohnung. Was kriege ich denn? Oh, ich weiß nicht, dass ich Stufe 4 mit dem Golf. Wow! Wie schnell geht das denn? Stufe 6. Auf welcher Stufe bist du denn jetzt? Ich bin auf Stufe 6. Ich hab weiter, ich hab das übersprungen. Ich kann mir nämlich jetzt schon was in den Golf einbauen. Warten auf Spieler! Ja, ja, ich musste mir gerade noch angucken, was ich kriege. Ich muss erst mal eine neue Lackierung für den Golf machen. Ey, das sieht ja total kacke aus. Kaka! Ja. Ja, das kannst du gleich machen. Komm, lass mal machen hier. Ja! Los! Bin doch schon drinne. Na, bo. Apropos, ich weiß, weil Leute, dass das Video heute zwar vielleicht nicht kommen wird, aber heute Abend ist Fußball. Warum freut er sich so? Lass die Leute noch mal dran teilhaben, warum du dich so freust? Hier, weil Deutschland gegen Polen spielt. Das gucke ich mir an. Auf jeden Fall. Ja. Virus und Camilla nur. Zwei Leute, die in den Rennen fahren hier. Oh, die ganzen Computer bleiben komisch auf, als wir da stehen. Ich musste von ganz hinten starten, ist das grausam. Lass mich raten, der Virus fährt mir da vorne irgendwo? Oh. Grottenholm, geh weg! Sehr schön. Ach, da sehe ich den Virus schon. So, wir hatten nur einer und das ist der Virus. Ich glaube, da bremse ich mal lieber. Ich gucke mir das Spektakel mal von hinten an. Das ist doch ein Pferd, oder? Wie wollte ich da? Das war mal der erstklassigen Überholmanöver, du. Ja, ja. Wollte nur mal ein bisschen sagen. Oh, oh, oh. Ah, du Fickado, verdammte Hure. Du warst bei mir durchsichtig, Entschuldigung. Du blöde Schweine, ey. Ja, da hast du dein... Hast du das Rächeln vermisst, gibst du. Ja, du warst bei mir echt durchsichtig, Entschuldigung. Boah, du willst damit, da, ey. Was machst du denn? Fahr doch weiter. Nee, du bist bei mir die ganze Zeit durchsichtig und bist so am Hin und Her stottern irgendwie rausam. Ja, ich muss mir jetzt mal der Xbox-Controller und das Verhalten gewöhnen, ey. Egal, da habe ich wenigstens einen Ansporn, jetzt hast du ein bisschen Vorsprung, jetzt habe ich wenigstens einen Ansporn, was, warum ich hier schnell fahren soll, genau. Ja, ausgerechnet bei mir. Ja, aber was ansonsten, das ist ja langweilig. In einem KI, der zu jagen ist so doof. Oh, Junge, das ist ein Drift, ey. Ja, ha, ha. Wenn ich zu einem KI sage, Virus, ich komme, das macht dem nichts. Ha, 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 ha. Ja, nee, ey, aber hart, ey. Ja, das ist ja auch nur ein Golf, da wird ja nicht viel. Aber der Tunnel mit den Lichtern war richtig geil animiert, also, da kann man nicht meckern. Alter, er tut schon, der ist Gras. Naja, Gras, der muss ja auch mal gemacht werden hier. Oh, der muss ja nur hier rüberziehen, zieh rüber. Hallo, Virus. Ja, der läuft, der kommt schlecht unten aus dem Keller raus, ey. Der lag schon wieder so komisch und schon wieder durchsichtig. Und wenn ich wieder näher komme, dann ist er wieder nicht mehr durchsichtig. Dann werd ich ruhig. Ah, da ist er doch. Mal einmal nach hinten gucken, hier. Ja, ja, ich kann schon lesen, was auf deinem... Komm, zieh, Kollege, zieh. Du verdammter Piesbeutel. Ich hab nix gemacht. Du hast mich voll getrieben, wieder, so wie gerade. Hä? Kannst du ja auf meine Aufnahme gucken, bei mir? Ja, da kannst du auf meine Aufnahme auch mal gucken, du wirst du sehen, dass ich dir alles bessere belehre. Bei mir bin ich ganz normal hier vorbeigefahren. Leute, ihr habt genau gesehen, das stimmt nicht. Er willst du in der Aufnahme sehen, und von daher, aber einfach mal weiter jetzt hier. Hm, interessant. Da wollte der irgendwie nicht mehr lenken, der blöde Golf. Wollten wir beide das Gleiche, hä? Hä, 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 hä. Ja, der sollte weiter rumziehen, hat er aber nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Mir waren beide gerade richtig scheiße. Ich merke schon. Oh, Alter, ich bremse schon, wie ich socke. Was ist denn gerade los? Die erste Runde war besser, ey, definitiv. Konzentration, Camillo, Konzentration. Geh weg. Komm, schalt hoch, du Mutte. Ja, das ist doch im Keller, das ist doch echt scheiße. Na gut, ist halt kein schnelles Auto, ne? Boah, diese Kurve, die hasse ich. Komm schon, Golfi. Mann, 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 das ist echt mal... Jetzt sieht man sich doch echt geiles Rennen. Oh, macht mal ganz Spaß, ey. Was war das denn? Das war geil. Das sah nicht schlecht aus, muss ich schon sagen. Das war scheiße. Dann muss ich in die Kurve, oder bleibt er einfach in der Wand hängen. Krass, das Pferd. Höher, Hottie, höher! Ja, ja, die Schose ist sowieso gelaufen, aber what the fuck, scheiß Mauer da. Gar nicht reingekommen, oder noch einmal hängst du da? Oh, komm, das wird knapp, das wird so knapp, das wird so knapp. Komm, lauf, 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 lauf. 0,00152. Oh, heftig. Geil. Das Let's Play, wenn das fertig ist, das gucke ich mir auf deiner Sicht auch mal an. Ja, wenn man überlegt hat, die vorher noch in der Wand hangen, ey. Läuft. Achso. Ja, ich drück doch A. Ach, nee. Die sollst du ja nicht. Einfach ablaufen lassen. Zuschauen, wie kann ich... Achso. Okay, wir sind ja beide im Ziel. Ja, deswegen warten wir jetzt nur noch, bis das zu Ende geladen hat. Ich weiß nicht, was jetzt Phase ist hier, aber... Wahrscheinlich sind wir so gleich im Ziel, dass der, dass das Spiel jetzt denkt, hör mal. Ne? Auf einen muss noch gewartet werden. Ich hab keine Ahnung. Wir warten jetzt mal kurz und gucken. Ich kann auf beiden auf jeden Fall ein Profil anzeigen. Aha, was soll ich mit dem Profil? Nix. Oh. Und Zeuge wegmachen hier. Brauchen wir nicht sowas. Sowas. Sowas hier. Ich glaub, das Spiel trollt uns gerade. Kann das sein? Okay, das ist, ähm... Das Spiel ist in dem Punkt, äh... Das Einzige, was wir machen können, ist auswählen. Und Event verlassen. Season Party verlassen. Abbrechen. Was machen wir bei Daniel? Ja, Event verlassen, ne? Weil das andere ist ja Quatsch. Verlassen wir uns das Event. Das war's für dieses Let's Play. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Leute, haut rein. Und... Tschööö. Bis zum nächsten Mal.